dieser gebrauchte mazda 323 ist hier zum verkauf angeboten die silberne limousine hat vier türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei 100.000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2002 die limousine verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie klimaanlage alufelgen servolenkung esp airbag und noch vieles mehr das automatikgetriebe überträgt eine leistung von 95 ps der angegebene verbrauch liegt bei 8,6 metern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen die in im 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 im